So, hier bin ich mit unserem allerletzten Turniervideo für die Saison 2020. Und zwar war es in Skytbar. Und zwar zeige ich euch jetzt in diesem Video zuerst die E-Tressur. Ihr habt gerade schon gesehen, Quintino war nicht so gut drauf und ist gleich schon beim Einreiten löstgezackelt im Trab. Ich habe mir einfach gedacht, cool bleiben, ruhig bleiben. Wir wissen alle, dass es nicht das geborene Tressur fährt. Wir machen jetzt einfach das Beste draus und nachher kommt ja noch das Springen, was uns da ein bisschen besser lag. Man sieht hier auch am Schweiflangen, dass er sehr angespannt war und er wollte einfach gern vorwärts und sowieso am liebsten galoppieren. Und er ist mir jetzt hier auch nochmal in der Ecke dezent zur Seite gesprungen, weil da hinten so ein Mensch auf der Bank sich bewegt hat. Ganz schlimm, ganz, ganz, ganz schlimm muss man sagen. Aber ich bin einfach ruhig geblieben, bin mit der Hand drangeblieben, habe ihn wieder zu mir geholt, wieder versammelt. Ich muss sagen, danach war er eigentlich auch recht okay, hat sich ganz gut auf mich konzentriert. Insgesamt konnte ich ihn an dem Tag nicht so sehr versammeln, wie ich das eigentlich kann. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen sehr da vorne rumzupsel und er mir so ein bisschen unter der Hand wegrennt. Aber ich habe einfach für mich selber versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und ich muss sagen, damit war ich wirklich zufrieden, weil ich mir oftmals dann so in der Tressur viele Sachen so zu Herzen nehme, dass ich denke, oh Gott, das hat jetzt nicht so gut geklappt und mich dann da so reinsteigere. Und an dem Tag hat es wirklich gut geklappt, dass ich einfach so für mich gesagt habe, okay, ich mache das Beste draus. Und dann ist das halt die beste Leistung, die wir an dem Tag erbringen konnten. Übrigens, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr auch noch, dass mein Haargummi einfach während des Reisens weggeflopst ist und ich dann einfach so ostwindesig mit offenen Haaren geritten bin. Also es war wirklich einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen die chaotischste Tressur diese Saison. Aber das ist okay, damit kann man leben. Auch jetzt, wie gesagt, finde ich, hat er das alles sehr, sehr gut gemacht. Also es gab jetzt hier keine weiteren Fehler in dem Sinne. Auch ja, der Galopp, der hätte ein bisschen schöner sein können, ein bisschen mehr bergauf. Aber da habe ich halt ein bisschen viel festgehalten, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass er hier irgendwie wieder rumspringt und rumbuckelt. Das hat er nämlich letzte Saison genau in dieser E-Tressur gemacht. Und das hat wirklich dann sehr gut geklappt. Insgesamt fand ich, war es dann eine recht solide Leistung. Es war wahrlich nicht die beste Leistung, die wir zeigen konnten. Aber an dem Tag und in der Situation war es so das Beste, was wir machen konnten. Die Übergänge haben an sich ganz gut geklappt. Auch hier hat er sich zwar immer so ein bisschen rausgehoben, aber er hat erst mal schön auf mich reagiert und ist jetzt nicht so doll gegen die Hand gegangen. Jetzt kommt hier gleich der Übergang zum Schritt vor den Richtern. Jetzt. Ich finde, der ist schon besser geworden. Also da am Anfang der Saison, als wir in Schreitbar, ach, in Schreitbar, in Pietzpul in die E-Tressur geritten sind, wurde das sehr kritisiert, dass er so reinläuft in den Schritt. Das macht er auch immer noch. Aber es war jetzt schon besser auf dem Punkt. Also das ist auf jeden Fall was, an dem wir noch fleißig weiterarbeiten. Ja, der Schritt wird aber sehr gelobt. Wurde auch dieses Mal im Protokoll sehr gelobt, dass er hier sehr fleißig schreitet. Da habe ich viel Arbeit reingesteckt und das klappt auch wirklich zuverlässig. Am Anfang ist er mir da ja gerne mal noch so ein bisschen angezackelt. Aber das klappt jetzt auch gut. Und an sich so mit dem Trab, für seine Verhältnisse bin ich auch recht zufrieden. Er hat halt so einen Trippeltrab. Und ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, dass für mich der Fokus einfach auf dem Springpferd in ihm liegt und weniger auf dem Dressurpferd. Das heißt, ich arbeite mit ihm natürlich mehr an der Galopade und mehr am Springen und weniger daran, dass dieser Trabraum greifender wird. Natürlich arbeite ich auch dressurmäßig mit ihm und da arbeite ich dann auch am Trab, mit Trabstangen und so weiter. Aber es ist für mich kein Weltuntergang, wenn er weiterhin so einen kleinen Trippeltrab hat. Solange er diesen dann versammelt und schön läuft, ist das für mich auch absolut okay. Jetzt kommt hier nochmal ein Übergang von den Richtern zum Trab. Der hat mir eigentlich wirklich gut gefallen. Da war er schön hinten und hat sich auch nicht rausgezogen. Jetzt kommt links um rechts um. Und dann hatten wir es auch schon geschafft. Wir haben am Ende eine Wertnote von 6,8 bekommen. Das war nicht recht hoch angesetzt, dafür diesen Rumspringer am Anfang und dieses Angetrabe auf der Mittellinie. Aber es ist halt auch ein Reitertag und über gute Wertnoten möchte man sich, glaube ich, nie beschweren. Und damit sind wir letztendlich, lass mich lügen, vierte geworden. Wir haben noch eine blaue Schleife bekommen. Und das hat mich natürlich gefreut, dass wir hier zum Abschluss der Saison auch noch eine Schleife in der Dressur mitnehmen konnten. Jetzt seht ihr Alexa und Meloni. Für die beiden war es jetzt, glaube ich, die dritte E-Tressur. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es müsste, glaube ich, die dritte E-Tressur gewesen sein. Und es hat eigentlich auch ganz gut angefangen, aber Meloni war doch wirklich sehr nervös an dem Tag. Mag jetzt vielleicht daran gelegen haben, dass hier dieser Wettkampfplatz ein bisschen weiter entfernt von den anderen Pferden ist, dass da jetzt sozusagen keine direkten Pferde drumherum waren. Aber sie war wirklich da ein bisschen angespannt. Am Anfang war es noch ganz entspannt, aber im Galopp wurde es dann doch recht hektisch. Das war ein bisschen schade, aber solche Tage gibt es halt einfach auch. Und ich war sehr, sehr stolz auf Alexa, dass sie da so ruhig geblieben ist, dass sie sich wirklich konzentriert hat, immer wieder in die Aufgabe dann reinzukommen. Und das war ja so ein bisschen das, was mich bei der letzten E-Tressur, was ich noch ein bisschen kritisiert hatte, dass dann als Meloni einmal ein paar Äpfel fallen gelassen hatte, sie sich davon so ablenken lassen hatte und dann nicht mehr in die Aufgabe reinkam, das hat sie hier sehr gut umgesetzt. Und auch so dieses Thema punktgenaue Hufschlagfiguren hat schon besser geklappt. Nach wie vor ist es anscheinend super schwierig, einen Zirkel zu treffen. Und bei X anzukommen. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich mich demnächst immer bei X hinstellen. Aber das war auch schon besser. Also das war schon nicht mehr so sehr wolltenmäßig, wie es das letzte Mal war. Wie gesagt, hier diese ganze Trabtour am Anfang, die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Da hatte sie sie an sich recht gut bei sich und hat sich auch schön konzentriert, dass sie, wie gesagt, den Hufschlag einigermaßen trifft und einigermaßen diese Zirkel hier auch trifft. Hier war es wieder nicht so perfekt getroffen. Das hat man aus meiner Perspektive, ich habe gelesen, haben wir das ein bisschen besser gesehen. Ja, und jetzt kommt gleich das erste Angaloppieren. Das habt ihr vielleicht sogar schon in dem Vorstellungsvideo vom Förderprogramm letzte Woche gesehen. Da hatte ich es auch mit drin, weil es einfach so gut zu Meloni passt. Hier ist sie sehr, sehr schwungvoll losgaloppiert und im Außengalopp. Alexa hat es aber sofort erkannt, hat dann sauber durchpariert, neu angaloppiert und dann hat es auch gepasst. Aber sowas gibt natürlich Abzüge, ist ja klar. Also ich meine, deswegen ist es eine E-Tressur. Und jetzt hier auch leider wieder den Hufschlag nicht getroffen und den Zirkel wieder recht klein angelegt. Es war schon größer als das letzte Mal. Aber ja, da gibt es natürlich Abzüge für Punktgenauigkeit. Jetzt hier der Übergang war wieder okay. Wie gesagt, der Trab hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ja, hier wieder so ein bisschen Hufschlag rum, bis sie dann dran war am Hufschlag. Jetzt kommt dann gleich die Schritttour. So, jetzt sind wir bei der Schritttour angekommen. Der Übergang, der hat mir gut gefallen. Also da hat sie dann auch schön mit der Hand nachgegeben im Schritt, dass es wirklich eine schreitende Bewegung wird und diese Nickbewegung gut unterstützt. Ja, der Schritt insgesamt von Meloni ist so ein bisschen schlurfig noch. Aber das ist natürlich auch eine Sache, an der wir arbeiten. Ich meine, das Pony ist erst vier. Also da ist das Kind auch noch nicht in den Brunnen gefallen. Da geht es jetzt erstmal einfach wirklich nur um Erfahrung, 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 Erfahrung. Aber natürlich ist es auch immer wieder gut, das dann auf Turnier zu überprüfen und zu gucken, welche Sachen, die im Training gut klappen, klappen. Auch schon auf Turnier. Und welche Sachen klappen eben noch gar nicht. Das ist eben zum Beispiel der Galopp, der nach wie vor da eben eine größere Baustelle ist, dass sie da sehr oft dann auch im Außengalopp anspringt. Und ja, aber das passiert, das ist einfach normal. Also ich glaube, sonst wäre es ja ein Roboter und kein Tier, wenn sie vierjährig hier schon so komplett souverän ihr Ding läuft. So hier ist sie, glaube ich, jetzt auch nochmal, aber am Außengalopp angespielt. Ja, so wirklich auf beiden Händen. Hier hat sie es dann auch wieder korrigiert. Jetzt kam aber nochmal ein kleines Rennpony aus Melonis Popo, glaube ich. Wo war das jetzt hier? Ach genau, noch ein kleines Buckelpony. Da meinte sie plötzlich, dass das jetzt irgendwie gruselig ist. Aber wie ich schon sagte, ich fand halt, Alexa hat sich dann konzentriert, hat ihren Hufschlag wiedergefunden, hat in ihre Aufgabe wieder reingefunden und da einfach drüber gestanden. Und nicht sich komplett irritieren lassen und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern die Aufgabe einfach souverän zu Ende geritten. Ich will gar nicht lügen, aber ich glaube, es war am Ende eine 5,5 oder 5,4 oder sowas. War natürlich dem Ritt absolut angemessen. Aber wie gesagt, wir waren trotzdem super zufrieden. Auch Alexa war zufrieden. Sie ist da wirklich schon sehr erwachsen, was das angeht und ist da nicht des Todes enttäuscht, sondern sieht das einfach als Chance, es beim nächsten Mal zusammen noch ein bisschen besser zu machen. Und war, glaube ich, trotzdem sehr zufrieden mit Melonis Entwicklung. So, und jetzt eine Premiere. Und zwar seht ihr Maren auf Poldi. Ich habe ihr Poldi zur Verfügung gestellt für diese E-Tressur, das zu dem Zeitpunkt mit ihr und Quintino nicht so gut harmoniert hat in der Tressur. So, weshalb ich gesagt habe, komm, ich reite Quintino in der Tressur und dafür kannst du dann Poldi haben, weil zwei Pferde in einer E-Tressur ist echt immer ein bisschen stressig bei so kleinem Starterfeld. Und ja, Poldi ist da auch schon ein erfahrener Hase und das ist doch auch mal super für Maren, wenn sie da mal einfach eine Erfahrung machen kann, in der sie sich auf ihren eigenen Sitz konzentrieren kann. Und ja, da muss ich sagen, war ich auch sehr zufrieden. Poldi ist auch wirklich schön unter ihr gelaufen und das war sehr lustig, weil Poldi ist ja immer eher so das gemütlichere Pferd. Aber wenn er dann rein darf, so wie hier und es dann auf Turnier geht, dann ist bei ihm immer der Schalter um und er ist immer voll so, okay, let's do it. Und er liebt das und ich habe es Maren vorher gesagt und sie hat mir nicht so ganz geglaubt, aber wenn man halt hinguckt, sieht man ja, dass er auch schon ein bisschen so vorwärts zackelt. Und das ist so lustig, weil das einfach so zu 100 Prozent Poldi ist. Ja, was natürlich ein großes Manko war, in Anführungsstrichen, ist die Genauigkeit von den Bahnfiguren. Und das war auch, glaube ich, mit der größte Kritikpunkt, der im Protokoll stand, ist natürlich hier sowas wie Ecken ausreiten, dass der Zirkel bis X geht. Das sind so Punkte, die Maren hier noch nicht perfekt umsetzen konnte. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Für sie war es ja erst die zweite E-Tressur überhaupt. Und so ein Platz ist ein bisschen größer als bei uns zu Hause. Das heißt, man muss nicht nur sich auf den Sitz konzentrieren und auf die Gang an, sondern man muss natürlich auch noch nach vorne schauen und gucken, wo sind meine Buchstaben, wo muss ich ankommen. Und dass das natürlich beim zweiten Turnier noch nicht perfekt klappt, das ist irgendwo auch verständlich. Sie hat sich hier auf jeden Fall bemüht, aber das ist ein Punkt, an dem wir fleißig weiterüben müssen. Denn spätestens im Galopp war die Zirkellinie leider einfach gar nicht mehr vorhanden, sondern es war mehr so eine Wolte, die da unten stattfand. Und ja, da wissen wir auf jeden Fall, wo wir weiter üben müssen. Ich war auf jeden Fall erst mal richtig stolz auf die beiden, dass sie das so gut durchgezogen haben. Maren ist ihnen auch nicht so oft vorher geritten. Ich glaube, zwei, dreimal oder so. Und so ein fremdes Pferd, in Anführungsstrichen, zu reiten, ist ja dann doch immer ein bisschen was anderes. Und ich finde, dafür haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Hier hat sie ihn so ein bisschen überfallen mit der Galopphilfe. Deswegen hat er einmal kurz mit meinem Puppe so, was soll ich jetzt machen? Aber dann hat das wirklich sehr gut geklappt. Ich finde, Polly ist auch wirklich schön gelaufen unter ihr. Das freut mich natürlich auch immer so als Pferdebesitzer, dass das Pferd auch unter einem, in Anführungsstrichen, Fremdreiter hier eine schöne Leistung abliefern kann. Da war jetzt eben der Zirkel, wo ich meinte, der war halt einfach nicht getroffen. Es war halt mehr so eine große Wolte da unten. Aber das sind ja Punkte, an denen man arbeiten kann, dass man da einfach so ein bisschen das Auge mehr schult und einfach so ein bisschen mehr hinguckt. Und ja, jetzt kommt hier noch die Schritttour. Die kommt dann jetzt, ja. Also da der Übergang war sehr gut, da hat sie schön nachgetrieben. Das ist so ein bisschen, Polly ist immer gerne so, dass er dann vom Trab in den Stand fällt. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man dann halt nachtreibt. Hier im Schritt hätte sie die Züge ruhig noch einen Ticken lockerer lassen können, dass er sich so ein bisschen besser nach unten strecken kann und dass es so ein bisschen mehr zum Schreiten kommt. Also da sind die Züge ein bisschen zu kurz gelang gewesen. Wortfindungszerstörungen. Genau, auch hier wieder, dass man schön beim Buchstaben ankommt. Und jetzt für das Antreiben war gut. Jetzt kommt da nochmal dann der Galopp. Jetzt hat sie auch erstmal, hat sie ihn wieder schön an die Hand rangeholt. Man sieht, er nörgelt hier so ein bisschen rum. Da hätte er noch ein bisschen besser einwirken können mit den Helfen. Das Angaloppieren war jetzt sehr schön. Also da ist er wirklich schön losgelaufen. Und jetzt hätte so ein bisschen von hinten mehr reintreiben müssen. Dann wäre die Anlehnung so ein Ticken konstanter gewesen. Aber wie gesagt, für das erste Mal fand ich das gar nicht schlimm. Das sah auch sehr, sehr schön aus hier. Genau, und dann kommen wir jetzt noch Trab links um, rechts um und aufmarschieren. Sie hat dafür eine Wertnote von 6,7 bekommen. Das fand ich recht hoch für die Leistung. Aber wie gesagt, Quintino und mir haben sie ja auch eine 6,8 gegeben. Und da waren auch ein paar Hacksler drin. Und damit ist sie, wie ihr euch jetzt ja wahrscheinlich schon denken konntet, noch Fünfte geworden und hat eine rote Schleife bekommen. Sehr, sehr cool, denn bis zum Fünften haben sie platziert. Und wir hatten schon Angst, dass sie nicht mehr in der Platzierung drin ist. Aber so hat sie ihre allererste Schleife auf dem Turnier geholt. Und noch so eine schöne rote Humpelpoldi. Das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und heute kommt noch ein zweites Online. Seid gespannt.